Das Licht des Mondes hüllt dich in einen zarten Mantel. Es wird Zeit, dich mit der Seele zu verbinden und dem Ruf des Mondes zu folgen. Du befindest dich an einem wundervollen, türkis-blau-glitzernden Gewässer. Das Mond und das Sternlicht spiegeln sich auf der Oberfläche. Ein Wesen des Wassers ruft dich zu sich. Du folgst seinem Ruf und steigst in das Gewässer. Das Wesen des Wassers trägt und begleitet dich zum Tempel des Mondes. Du schaust dich an diesem geheimnisvollen Ort um. Die Zeichen und Verläufe des Mondes sind eingraviert. Die Zeichen und Verläufe des Mondes